servus und willkommen zu einer neuen folge von gt new horizon in der heutigen folge wollen wir auf jeden fall mal mit dem wasserkraftwerk weitermachen und ich bin auch gerade ganz fleißig dabei sozusagen die umrandungen von den jeweiligen gebieten schon zu verlegen und ich habe diese posten ausgetauscht also vorher war sehr hart wohl jetzt normal stoneslabs die haben nämlich besser gefallen des weiteren habe ich noch das explizieren und skriven von den endermann und den creeper ausgemacht wobei schon gemerkt habe wenn da so ein ganz ganz stürmischer creeper kommt dann machte trotzdem löschen boden aber ist ja was habe ich sonst noch gemacht das habe ich jetzt mache hier alles ein bisschen abgebaut und alles hier in die kisten reingeschmissen weil ich wollte jetzt mal dass da das dann mal wenn man vorangeht ja also wie gesagt heute kümmern wir uns um dieses haus hier und um dieses haus habe ich mich auch ein wenig gekümmert denn man sieht jetzt was ich vorhatte ja ich lüfte das geheimnis und nach 30 folgen weil ich gar nicht wie lange das sehr ist ja ich habe hier einfach wasser eingesetzt das hat nach unten fließt ich finde es schaut irgendwie total witzig aus habe ich jetzt auf beiden seiten gemacht ich habe wenn ich mich nicht täusche das komplette dach fertig ja habe ich also das komplette dach ist jetzt auch drauf und das glas ist drin und ich habe innen drinnen noch mal ein bisschen was verändert auch hier habe ich etwas verändert das ist jetzt alles gleich geworden beziehungsweise ich habe es am anfang und jetzt am ende auch noch mal benutzt ja so dann habe ich auch noch hier wasser eingesetzt und dasselbe habe ich auch hier gemacht ja als aller 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 erstes wir brauchen ja sozusagen erstmal richtig wasser das mit diesem raum anfangen können befüllen und dafür benötige ich meine erste hv sache und die wollen wir jetzt bauen denn wir wollen jetzt als aller 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 erstes ein reservoir bauen und dafür brauchen jetzt zwei elektrische pumpen die karte und karte und karte ist eigentlich einfach es sind sieben eisenplatten im assembler da holen wir uns jetzt mal jetzt ersten 14 und die da rein und ich brauche genau ich brauche die pumpen und ich brauche das just quats ja um hat sieht ich brauche 6 also brauche ich nein ich brauche 24 und jetzt brauche ich noch nieder quats das quats jeder quats da haben was das nummer drei das muss dann dass da oben sein da jetzt bin ich gespannt ob das geht oder ob ich nur geträumt habe nein es funktioniert ja wohl vorragend dann brauche ich jetzt davon einfach was mit dem hammer ein und habe mal zwei kalt ans auf dass ich jetzt gerade auch genügend macht so dann brauche ich pumpen für die pumpen brauche ich einen stahlrotor ein stainless steel fluid pipe stahlrotor sind halt so ich brauche jetzt dann 5 10 15 ich brauche 20 stahl dann muss ich gucken stahl schraube habe ich sowas mich an vier stück dran die müssen nämlich jetzt dann hier rein und jetzt brauche ich dann 369 12 12 mal stainless steel dann habe ich jetzt dann sozusagen das ganze material für die pumpen und ich brauche noch für die motoren achten noch mal vier stainless steel okay habe ich noch mal prüfen lassen soll dann brauche ich elektron war ja also ich noch hoffen dass ich schon ein bisschen elektron habe also ich gleich mal 32 rein und zu guter letzt und käme recht keins mehr und dann heißt es jetzt ich brauche davon neun dann brauche ich jetzt auf jeden fall gold und silber das habe ich auch nicht mehr da acht mal davon und silber brauche ich und dann habe ich gesagt ich brauche mal ein pipes das sind die da da brauche jetzt aller erstes mal vier eins zwei drei vier davon brauche ich jetzt acht dann habe ich jetzt auf jeden fall noch den rot tor das hat immer wieder rüber rennen noch ein bisschen noch ein bisschen die warten ich da schon mal aufräumen ich habe jetzt acht davon ich habe vier davon jetzt habe ich auch noch vier davon perfekt gespannt was ich noch vergessen habe magnetic steel rod ich mache ich jetzt einfach lieber was zu viel haben als dann wieder hinrennen müssen dann kommt das gold kabel als nächstes die frage ist jetzt wenn ich jetzt dich mache auch vierfach elektron kabel das reicht und ich glaube macht da lieber noch mal ein das glaube ich wird zu wenig sein das gold kabel und es kommt noch als letztes silber kabel dann haben wir auch wirklich alles genau das ist nämlich das isolierte ja wo in das unten ist auch isoliert aber ist egal und davon brauche ich jetzt doppelte zwei genau genau so schmeißen die rein und mal noch zum guter letztes ganze stahl ab und schmeißen wenigstens acht stück in den polarizer rein und dann ja zweifach silber kabel und dann mal gespannt was ich jetzt dann vergessen habe oder ob ich weiß ja dann alles wirklich mit genommen habe gut dann heißt es jetzt ich brauche als aller 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 erstes so das heißt ich habe jetzt dann hier mein magnetic klick habe ich ständler steel elektron und rotoren schaube rotor rubberring so dann brauche ich aus der abteilung ein hammer eigentlich nicht auch einen wrench 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 remem KI eine halt gar nichts mehr hat länger und danke da und ich dahin dann kommen die dahin der motor kommt dahin und das goldkabel kommt dahin ich habe jetzt vier punkten die ersten zwei hv sachen gebaut aber da merkt man halt gerade dass man gerade so auf voll hv sind so habe ich bestimmt was brauche ich noch ich brauche noch mal einstecken die kommen in die mitte die kommen an die seite und die pumpen kommen drunter und drüber und wir legen uns hin so und jetzt brauche ich noch beide könnten kaputt gehen die restlichen stecken kommentar rein dann haben wir schon mal wenigstens das eine eine schnellere unendliche wasser quelle und das beste ist ja ich muss ja erst noch einen aufzug bauen und hast du nicht gesehen und schließt mich tot bin doch beim überlegen wo baue ich dich hin baue ich dich gleich hierhin ja da ist es so die zellen gehen halt dann kaputt aber jetzt relativ egal das war mal intelligent so kriegt man auch zellen los und jetzt war einmal wasser also sie finden sollte wo ich den wasser wo ich die wasser einmal hinab wenn ich ihn wasser einmal wäre wo hätte ich dich hin hier rein ich hab dich hier rein noch mal meine pfeil muss nach unten zeigen dass er auch unten füllt aber es kann auch sein dass das egal ist wir es dann sehen wir brauchen jetzt erstmal dann noch das sagen ein aufzug in baum als allererstes beziehungsweise braucht davon gleich zwei lustige sie muss ja dann auch noch strom überlegen noch interessant ja also das heißt jetzt ich brauche jetzt für den elevator in der perl place die sind da hinten lass mich noch zwei haben dankeschön muss ich noch hoffen dass ich von anderen auch noch zwei habe wollen aluminium frames jetzt brauche ich noch mal sehen stahl und small gears als erstes mal hier zehn stück und vier small gears dann können wir schon mal nach unten dann haben wir nämlich auch schon mal das drin also irgendwann kommen dann auch da mehr rein aber wie gesagt da muss ich dann alles etwas öfters haben dass ich den auch gleich komplett richtig macht und fertig dann heißt es du kommst dahin kommst dahin dahin und dahin und dahin und ich habe zweimal elevator perfekt ich habe mir am anfang überlegt ob ich den irgendwo da hinten rein bau mittlerweile aber nicht mehr weil ich habe mir gedacht ich habe hier schön platz und dann kommst du hierhin dann heißt es jetzt aber für mich ich muss jetzt dann sowieso erst mal geradeaus graben wir machen mal schnell den da an dass mir auch die wackeln richtig setzen man ab nach vorne kann sein dass ich noch muss doch noch mal einen nach oben gehen da kann nämlich auch passieren oder beziehungsweise da wird es auch noch so sein dass dann auch mal hier noch wasserbecken mit hinkommt mit elementen und vielleicht aber auch schon pflanzen oder so dass da noch reinkommen wobei weiß ich gar nicht darf ich ne pflanzen darf ich dann nicht weil das jeder dann heißen ich gehe die ganze das ganze wasser ok ok ich bin hier runter als ich krieg dann auch hier meine pipe hoffe ich dass ich finde ich nach vorne geht dass ich nicht voll daneben kraft alles richtig gemeint also da kommt jetzt dann meine pipe runter dann gehst du nach links und nach rechts auch so weit alles auch noch weg und jetzt muss ich sozusagen in dem bereich hier reingehen wo dann das kabel hin muss für die meine ganzen maschinen das kommt dann hier entlang das ist mir jetzt erstmal scheißegal dass ich da den ganzen boden raus reiß dann habe ich jetzt auch das da tropft dann was aber das ist mir egal okay so aber zuerst habe ich mir überlegt ob ich da sozusagen eine kleinere pipe reinmacht das habe ich mir mittlerweile anders überlegt weil wir brauchen ja eine gute eine gute wasser pipe so dass wir in 4800 liter die sekunde das wendet schon 9600 liter die sekunde ich habe gesagt so ich mache eine latsch dann nehme ich mal gleich einen ganzen stack stahl mit so die vier stück lasse ich gleich weg ich glaube darüber doch dann habe ich jetzt auf jeden fall das schon mal ich habe noch zwei eimer wasser die zwei eimer wasser welches gleich brauchen denn wir latschen zu den kühlen nach vorne denn ich brauche jetzt auf jeden fall hellblau und dunkelblau denn dunkelblau wird die alles was mit wasser am hut hat und hellblau wird alles was mit destilliertem wasser zu tun hat ja das schöne sich hat er eine an dem blick wort das glaube ich habe ja schon gezeigt ja heute natürlich mal wieder pech gehabt ich habe natürlich dann als ich die pflanze versucht darum zu betten so ungefähr habe ich keinen ziel rausbekommen habe ich sagt toll gefällt mir also beim ersten mal habe ich noch ein ziel rausbekommen beim zweiten mal nicht mehr und schon war meine kurze freude über einen einen eine eine vernünftige pflanze schnell weg ich habe schon gesagt das wird lustig mit sticky resin wenn ich den jemals haben sollte weil ich vermute mal genau so dass der genauso schnell weg ist wie ich bekommen habe dann dann brauchen wir jetzt als allererstes blau einmal rein und mix dankeschön und leid bloß brauchen auch noch auch mix hol der schüttelt gerade in einem und einmal leid bloß dann müsste er auch meine pipes fertig fertig haben meine zehn stück und das wichtig ist am schluss dann dass ich auf jeden fall dran denke dass ich die pipe gleich wieder dicht macht also das wasser nicht zurück fließt sondern nur nach unten so dann brauche ich jetzt einmal bitte von dem einen pinsel ich muss bestimmt dann auch demnächst noch ein paar pinsel basteln dass ich zwei oder drei habe okay so dann dann gehen wir hier hin machen wir dich und malen dich blau an und gerade oh das war falsch oder was nach oben muss jetzt erstmal schauen dass da auch wirklich wasser in die pipe fließt dass ich dort irgendein käse wieder mache und dann machen wir hier auch das ist wenigstens auskomme sind sie auch blau dann fließt der nach unten dann habe ich das richtig gemacht und auch an malen jetzt bin ich gerade beim großartigen überlegen wie mache ich das jetzt ich müsste auf jeden fall die decke muss ich ja auch planen dann habe ich schon mal meine meine mein hauptrohr fertig da geht noch richtig viel stahl dann drauf ist das alles sauber verlegt ist aber wir haben schon mal bis hierhin auf jeden fall schon mal das wasser verlegt ich vermute mal ich brauche jetzt nicht so viel wasser wird ein tiny reichen hoffe ich ja wobei sind vier dann sollte ich vielleicht small nehmen ich nur mal dann nehme ich jetzt da mal auch 16 raus ein ein jetzt muss ich nur noch überlegen ich habe wie habe ich mir das gedacht gehabt ich habe ja auf jeden fall eingang ich habe einmal ausgang und ich habe strom das heißt ja ich habe wenn ich jetzt hier mit dem wenn ich jetzt hier mit dem wasser ich habe jetzt hier wasser eingang wasser ausgang wasser ausgang wasser eingang dann habe ich ein problem in der mitte oder moment eingang ausgang eingang ausgang eingang ausgang eingang ausgang eingang ausgang das heißt da fliegt das wasser rein da fliegt das destillierte wasser raus da fliegt das destillierte wasser raus da fließt das wasser rein da fließt das wasser rein da fließt es raus von hinten kommt der strom okay da 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 und so viel zu ich brauche gleich noch mal ein pinsel aber das ist jetzt egal erst mal kann auch erst mal stahl machen aber wie gesagt das wird irgendwann hellblau dann kann ich dich abschlagen dann muss ich nochmal drauf das ist ach nee das wäre sogar richtig schön falsch gewesen wenn das so gemacht hat heißt du fließt nicht mehr so zurück ich brauche auf jeden fall wieder mal einen blauen pinsel okay dann haben wir das jetzt auf jeden fall auch das sind es 1600 liter drin ich habe gesagt jetzt muss ich natürlich genau überlegen wie ich das mit dem wasser mach ich muss ja wieder nach ich muss ja auch ich komme hier wieder runter und muss ja auch noch weiter nach hinten ich muss ja noch bis ganz nach hinten gehen wobei das ist eigentlich momentan kloppe weil wie gesagt ob ich gleich am anfang so viele destillerien oder worte aber das auch brauche laufen das weiß ich noch nicht so ok dann kommt das da weg ist das kommt auch weg wieder nach unten und gibt die zwei auch noch ab ich habe ja auf jeden fall dann unten auch noch mal so ein dickes rohr der mir ja sagen dann das destillierte wasser nach vorne zieht ok ja das heißt wir haben jetzt schon mal auf jeden fall wir haben jetzt schon mal dass die unendliche wasserquelle in schneller hier rum schwimmen wie gesagt bis zu vier stück kann ich hier rein machen also die sind noch also ich kann das becken leer kriegen wenn ich richtig ab pumpt und richtig wasser verbrauch kriege ich auch das leer wo sich gerade wundert ja man kann das leer kriegen ok also das heißt wir haben jetzt schon mal hier das wasser das dann sozusagen hier rüber geht und es kommt hier an dann wird es hier sozusagen umgewandelt in destilliertes wasser das muss danach also zu sagen schon eine nach mehr nach vorne gehen bevor ich unten ankomme und dann nach vorne weg gehen und dann sozusagen das eventuell parallel verlegen ja und ja dadurch dass ich jetzt gerade ganz vorsichtig auf die uhr geguckt habe da ist die zeit schon wieder rum dass der wahnsinn wie schnell dass das geht und dann ja kann ich euch nur noch viel spaß mit weiteren videos wünschen würde mich freuen wenn dann daumen nach oben da lasst wenn der anregungen habt schreibt sowas in die kommentare und wir sehen uns das nächste mal bis dahin ciao ciao